Deutschland, Griechenland offenbart es. DFB-Team hat Deutschland, Griechenland. Großer Test für das DFB-Team. Am vergangenen Mittwochabend standen sich die Fußball-Nationalmannschaften von Deutschland und Griechenland in einem heiß erwarteten Freundschaftsspiel gegenüber. Diese Begegnung stellt nicht nur einen weiteren Schritt in der Vorbereitung auf die EM 2024 dar, sondern auch eine Möglichkeit, den aktuellen Stand des DFB-Teams zu überprüfen. Spielverlauf und Analyse. Deutschland traf in einem spannenden Duell auf Griechenland. Vor allem die erste Halbzeit war maßgeblich von einem Wechselspiel der Kräfte geprägt. Die DFB-Mannschaft unter der Leitung des neuen Trainers Julian Nagelsmann zeigte eine überzeugende Mittelfeldkontrolle. Gleichzeitig setzen die Griechen auf eine kompakte defensive und gefährliche Konter. Kurz darauf legte die Mannschaft durch einen weiteren gut herausgespielten Angriff nach und erhöhte auf 2-0. Griechenland zeigte Kampfgeist und konnte in der Schlussphase durch einen Elfmeter auf 2-1 verkürzen. Das Endergebnis war ein 2-1-Sieg für Deutschland. Taktische Beobachtungen. Die Begegnung ließ tiefere Einblicke in die neue Taktik des DFB-Teams unter Nagelsmann zu. Besonders auffällig war das variable Positionsspiel im Mittelfeld, das die Griechen immer wieder vor Herausforderungen stellte. Doch das Spiel offenbarte auch Schwächen, vor allem in der Defensive, die noch nicht vollständig eingespielt scheint. Auch die Integration neuer Spieler in das Team war ein Thema. Der junge Florian Wirts und Jamal Musiala zeigten vielversprechende Ansätze, allerdings blieb die Abstimmung mit den erfahreneren Akteuren teilweise noch ausbaufähig. Nagelsmann fasste es nach dem Spiel zusammen. Wir haben heute gesehen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, aber auch, dass wir auf einem guten Weg sind. Ausblick auf die EM 2024. Dieses Freundschaftsspiel gegen Griechenland diente nicht nur als Test, sondern auch als Gradmesser für die bevorstehende Europameisterschaft. Die Zuschauer konnten live miterleben, wie sich das DFB-Team unter seinem neuen Trainer entwickelt und welche Herausforderungen es noch zu bewältigen hat. Besonders wichtig wird es sein, die Defensive zu stärken und die neu integrierten Spieler optimal ins Teamgefüge einzubinden. Interessant wird auch die Frage sein, ob Manuel Neuer seine Form über die kommenden Monate halten kann und ob er weiterhin der Rückhalt des DFB-Teams sein wird. Andere Namen, die sich für einen Stammplatz empfehlen könnten, sind unter anderem Joshua Kimmich und Kai Havertz, die durch konstante Leistungen auffielen. Wo und wann das nächste Spiel. Das nächste Spiel des DFB-Teams steht bereits bevor. Fans, die das Spiel live verfolgen möchten, können sich auf den 20. Juni freuen. Die Partie wird wieder im Stream auf gängigen Plattformen zu sehen sein. Weitere Informationen hierzu werden auf den offiziellen Kanälen des DFB bekannt gegeben. Die Reise zur EM 2024 führt das Team unter anderem auch wieder nach Deutschland, wodurch die Heimvorteile hoffentlich optimal genutzt werden können. Fazit. Insgesamt zeigte der Test gegen Griechenland, dass das DFB-Team auf einem guten Weg ist, aber noch einige Baustellen hat. Der Sieg war verdient, aber er offenbarte auch die Schwierigkeiten, die noch angegangen werden müssen. Das Zusammenspiel zwischen erfahrenen und neuen Spielern, die Stabilität in der Defensive und die taktischen Umstellungen sind Themen, die Nagelsmann in den kommenden Monaten intensiv bearbeiten muss, um bei der EM 2024 in Topform zu sein. Autor Anita Farke, Samstag, 8. Juni 2024.